So Leute, heute spielen Lamy, Emily, Elway, Abok und ich, Duas und wir müssen jetzt ganz schnell durchgehen, weil, weiß ich auch nicht, weil wir einfach ganz schnell zu Tür 100 kommen wollen, oder Leute? Nee, natürlich, nö, was? Ich will hierbleiben, äh, ja, du willst hierbleiben, ich will auch da bleiben. Let's gooo! Ihr habt's gehört, wir sind wieder mit ganz vielen YouTubern hier am Start und ich bin mal gespannt, wer am Ende von euch noch überlebt. Du nicht. Natürlich nicht. Oha, Lamy, sehr, sehr frech. Okay, aber wichtig, äh, merkt euch die, äh, die Türen, ne? Nicht, dass wir das vergessen. Ach, komm, da haben wir kein Problem. Aber womit wir viel mehr ein Problem haben, ist, äh, mit den Schränken, dass wir da zu wenige von haben. Wir sind ja fünf Leute. Was habt ihr euch im Shop gekauft? Äh, äh, die Döner. Vitamine. Döner. Und ein Döner, ja. Oh, Mann, ey, ich hab mir auf jeden Fall Vitamine geholt, also kann ich schon mal vorrennen, falls da gleich Wash kommt oder Embrush und dann, äh, dann rennen wir weiter. Embrush? Ja, Embrush, so heißt er doch, oder nicht? Embrush. Ah, okay, okay, okay. Oh, ich hab den Schlüssel. Ja! Let's go, Tür 10 sind wir schon. Und? Oha! Wie schnell sind wir bitte? Oha! Ey, noch, noch neunmal weiter und dann haben wir schon gewonnen. Ey, Appa! Ja, das wird einfach ein Speedrun. Was ist? Appa, wie oft hast du eigentlich schon Durst geschafft? Erzähl mal. Äh, ey, komm, keine Ahnung, nullmal. Oh, ihr müsst weiter. Äh, hier ist zu wenig, ich geh mal weiter. Oh, oh, ich... Kommt da was? Hier sind Vitamine. Hä? Kommt da was? Hä? Äh, 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 sag dir da hinten Bescheid? Ja. Aber? Da kommt nix. Da kommt nix. Ja, okay, dann. Ich laufe weiter. Ja, hier sind Vitamine in dem Raum. Hier, da, nehmt ihr die. Oh, dankeschön. Ja, bitteschön. Ich hab mir einfach mal gesnackt. Okay, Tür 14 sind wir schon. Gleich sterben wir alle gleichzeitig von Wasch. Ja, weil Wasch kommt. Das wär gar nicht gut, ey. Ja, klar wird das gut. Ja, okay, das will ich sehen. Ey, nur weil du sterben willst, ich will noch weiterleben. Hat sich mal die Tür gemerkt? Nee, ne? Äh, ne. Ich geh vor. Oh, was ist das? Das war falsch. Oh, da auch. Oh, mein Gott. Ihr müsst in diese Tür gehen. Das war doch Tür 18. Oh, hab ich mir noch gemerkt, oder? Okay. Ja, ja, hast du gemerkt, wenn ich gestorben bin? So. Hä, was für ein Bild hab ich in der Hand? Aber, nee. Du musst hier hin, Nunu. Hier hin. Hä? Okay, dahin. Okay, okay. So, ich nimm mir mal ein Bild mit, Freunde. Sogar das schönste von allen. Das musst du erst mal da dran tun. Ach so. Ich muss noch warten. Ey, wie soll man? Jetzt kannst du das mitnehmen. Let's go. Tür 19 waren wir gerade, oder? Ey. Ey. Wir haben euch reingelegt. Da war nix. Oh, Mann. Tür 21. Okay. Oh, jetzt aber. Ich glaube, ich nehme mal meine Vitamine und renne mal ein bisschen nach vorne. Oh, oh. Ja, hinten ist genügend Platz. Hey, hier ist noch ein Schrank. Oh, nein. Da kann man nicht weiter. Hä? Hä? Jetzt rein in den Schrank. Rein in den Schrank. Los. Los. Das war so knapp. Alter. Wir waren mega, mega spät von mir. Welche Tür sind wir? Tür 22. Ah, schnell weiter. Ich hab mich verloren. Ey, warte auf mich. Da, Vitamine. Snack dir die Vitamine. Hä? Hey, Lamin, los, einfach weiter. Ich schreibe gelaufen. Hey, natürlich lauf ich weiter. Ich hab jetzt schon 200 Münzen, Freunde. Ich brauch noch 50 Münzen, dann kann ich mir gleich einen Kruzifix holen. Okay, dann kaufe ich nicht mehr. Ui, ui, ui. Ich hab noch... Oh, mein Gott, ey. Tür 27. Tür 27? So, let's go. Alter, der Schrank ist umgefallen. Oh, mein Gott. Hat sich jemand die Tür gemerkt? Ich geh wieder vor. 28 müssen wir rein. Let's go. Let's go, Arman. Ey, richtiger Macher. Okay, jetzt sind wir gleich bei Tür 30. Oh, oh. Was war das für ein Flackern? Ja, komm. Meins. Der kommt echt, oder? Ey. Ja. Der kommt echt. Schnell in den Schrank. Oh. Schnell in den Schrank. Emily. Emily. Das sieht man nicht im Wiener. Ah, Emily. Ich hab Emily den Platz genommen. Ja. Schade, dass ich mich aufnehme, ey. Da hängt den. Wenn ich sterbe, dann nur wegen dir. Wenn ich das hier nicht schaffe. Ey, ich hab's da. Pst. Hä? Das war doch jetzt nur einer von euch, oder? Ja, das hat man so gehört. Ey, Mann. Ey, Emily, bist du jetzt echt ganz tot? Es flackert schon wieder. Nein, es flackert gar nicht. Doch. Das liegt aber an Sieg. Ja. Ey. Äh. Emily, hast du dich wiederbelebt? Was machst du da? Hä? Ich? Ah, nach da unten. Hä? Hä? Ich hab da jemanden gehört. Hä? Oh, mein Gott. Ah, oh, ey. Ich bin so dumm. Ey, meine ganzen Sachen sind weg. Ey, Emily, wo bist du eigentlich? Wir sind hier alleine ohne dich. Ähm, ähm. Let's go, Freunde. Wartet einfach nicht. Nö, wir gehen jetzt ins Sieg rein. Ey, da hinten bist du ja. Komm, schnelle Beile. Nein, hier hinten. Oh. Let's go. Ey, wir müssen das alle bis zu 100 schaffen. Ja, Freunde? Ja, das wird schwer, wenn wir die Schränke weggenommen werden. Ach, Emily. Ja, ich musste auch 5 Meter laufen, bis ich den Schrank hatte. Weiter geht's. So, ach so, okay. Rechts rum, links, links, links. Rechts war das, Mann. Okay. Und rechts rum. Nein, rechts rum. Oh, mein Gott, okay, da ist jemand vor mir. Ey, dieser Arme hier, krass. Ey, Paul Biele, jetzt eine Taschenlampe. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft, let's go. Hey, wir waren richtig gut, oder? Ja? Natürlich. Kein Schaden genommen, das ist doch echt gut. Naja, du bist schon einmal gestorben. Ey, gleich, gib mir die Kerze, ich hab doch nix hier. Oh, Mann. Ich hab die Kerze. Du nimmst mir nicht nur meinen Schrank weg, sondern jetzt noch die Kerze. Ja. Jetzt ist sie wieder an, okay? Mhm, 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 okay. Wir sind bei Tür 48. Oh, das heißt... Oh, Emily! Oh, mein Gott. Da war noch eine Tür. Let's go. Let's go. Ich renne vor. Ey, ab in Tür 50, okay? So, noch fünf Münzen und ich hab genug Geld. Alter, wie frech ihr zu mir seid, das glaub ich gar nicht. Fünf Münzen. Du lässt mich einfach in den Tod laufen? Ja. Ich dachte gar... Also, ich wusste gar nicht, dass es da links runter geht. Ja, super. Dankeschön. Warst du da schon wieder, Avaok? Let's go. Weiter geht's. Ah, vor mir fehlen noch fünf Münzen. Wie blöd bist du? Oh, Mann. Ey, ich hab 18 Münzen insgesamt. Ey, wer sich als erstes hinsetzt, der ist ein Feigling, okay? Okay. Ich bin sowas von ein... Lavi, du hast dich gerade hingesetzt. Hä? Nein. Ich bin schon oben. Oha. Hey, du nimmst den Zettel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab mir Geld genommen. Oh mein Gott. Ich bin mir in Geld hinten gelaufen. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nichts getan. Ich hab jetzt genug Geld, Freunde. Hier kann man noch lugen. Hat sich schon jemand hingesetzt? Ja, ist schon... Ich sitze die ganze Zeit. Ja, das hört sich. Oh, 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 oh. Ich hab schon drei Bücher gefunden, Mann. Aber... Oben ist alles safe. Oh, oh, aber... Nein, aber... Aber ist alles safe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hör hier ein Buch. Ich nicht. Emily, pass auf. Der ist bei dir. Ich lenk ihn ein bisschen ab hier. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Alter. Oh, 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 oh. Okay, ich lenk ihn wieder ab. Ach du, Gary, pass auf. Oh mein Gott, ich muss die Stären. Wir müssen hier nach. Ja, aber neben hier. Wo ist er denn? Ach hier. Keine Ahnung. Wo ist der? Der ist auf der anderen Seite, Emily. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, oh. Oh, was machst du denn? Ich hör hier aber ein Buch. Hä? Ja, das ist auf meiner Seite. Nein, aber auch gesendkültig tot. Der ist gestorben. Oh mein Gott. Mit 275 Münzen, Mann. Nein, aber auch. Haben wir alles? Hey, holt euch deine Sachen. Hat jemand den Zettel? Ja, ich hab den. Okay. Dann komm mal den Kurs. Oh, Achtung, Emily, ich lauf. Der kommt in deine Richtung. Boah. Alter, Brüche, was war das denn? Alter. Warte, Lobi, mach noch nicht die Tür auf, okay? 6, 1, 5, 6, 3. Mal auf, Lai, du. Ey, du hast es nicht mag sein, ey. Ey, du hast es nicht magst, ey. 6, 1, 5. Oh mein Gott, wozu bin ich jetzt dahin? Sie ist da oben. Kannst du aufmachen. Nein, 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 ich bin nicht oben. Nein, wo ist der? Der ist da. Oh, mein Gott, der kommt. Sie kommen, Sie kommen, Sie kommen. Der Monster ist hinter ihn. Mach da auf. Oh mein Gott, wenn du aufmach. Mach da auf. Genau, glaube ich. Mach auf. Oh mein Gott, Elami, sie stirbt sofort. Mach auf. Achtung. Frankack, mach auf. Oh mein Gott, sie ist tot. ich bin rumgelaufen ich bin nichts außer eine taschenlampe ja die ist auch warte mal du läufst einfach schon weiter ja ja ich kann doch schon wir müssen den scheiter finden freunde okay ich will den finden alle in die gleiche richtung gehen okay ich hab ich hab einfach nichts keine taschenlampe gar nichts möchtet ihr nicht irgendwas abgeben so richtig nett freunde das glaube ich nicht aber ich könnte noch hast du gerade die vitamine genommen obwohl emily gesagt hat dass sie nichts hat ja ich hab's doch gesagt falsche tür kommt her jetzt brauche ich auf jeden fall ein pflaster ansonsten sieht das hier richtig schlecht aus ich schon so ich schon vor lange ich habe noch zehn prozent oder so dankeschön wir müssen jetzt den schalter schon wieder finden okay ja mein feuerzeug ist aus oh man jetzt habe ich nur eine taschenlampe habt ihr noch licht ja ja okay wo ist der hebel ich stehe jetzt einfach mal da ist er ich hab ihn aktiviert dankeschön jetzt kann ich weiter gehen was nach unten nach unten wieder nach unten wieder nach unten wieder nach unten kommt wieder nach unten oh mein gott wie du bist von glitsch teleportiert dann stirbst du und so weiterlaufen okay türe 63 wartet mal auf mich joh 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 findet gerne bescheid sagen so ich bin wieder da übrigens welche tür ist das hier ist schon kaputt ne ist schon kaputt ne 66 67 67 ok ich hab'n lockpick ich mach weiter leute wir haben keine zeit wir müssen ganz schnell zu tür 100 ey warte ich gibt's hier keine was da oder oh nein was machen wir was machen wir barbo sucht in den schrank jaja ich nehm' blüßchen hier oh unser Bett und ab in den schrank da ist auch gleich was auf dem tisch barbo genau hab ich gesehen hab ich doch gesehen wenn die hier nicht warten dann warte ich auch nicht genau lauf mal weiter wartet geht ihr schon weiter ja ich bin weiter ja natürlich ich bin ganz vorne oh mein gott das glaube ich gar nicht da hinten oh mein gott aber ich hab'n nur noch ein halbes leben ey tür 69 uah squeech da seid ihr doch alle ein pflaster ok komm ich warte auf euch ich bin ja nicht so dann bin ich wieder volles leben freunde ey das war so schlecht ey oh mein gott nein ich hab'n gehört mein ich oh mein gott tür 70 heute geht's ja ich wollte gerade sagen gleich kommt wieder äh seek ne mhm oh oh alter ok 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 ich seh gar nichts ich hab'n lockpick ich mach'n lockpick aaaaaaah ok ich hab'n lockpick gemacht ok 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 sehr gut da war ein Auge seid ihr alle bereit äh ich seh gar nichts wo seid ihr über uns pflaster 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 oh wo sind die pflaster oh ja hallo emily läuft schon weiter ich brauch pflaster let's go ok 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 oh mein stopp ist kein schade ey das ist so laut dass ich euch jetzt nicht mehr hör oh oh links geradeaus bitte äh links links geradeaus nein rechts 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 links rechts rechts links rechts 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 Und ich finde, wir sind echt richtig schnell. Ja. Das zackert halt for real, ne? Oh nein. Oh nein. Das schaffen wir nicht. Wie oft könnt ihr noch sterben, Emily? Ich bin tot. Bist du echt tot? Nein, die lebt noch. Ja, die lebt noch. Halt. Ich sehe ihn, der ist vor mir. Oh mein Gott, Freunde. Ich würde das lieber easy. Man muss sich ja einfach nur umdrehen. Ne, ich würde das das Schlimmste auf der ganzen Welt, wirklich. Lami, du kannst doch einfach nur W und S wechseln. Du musst nicht mal umdrehen. Ah, muss man sich nicht mal umdrehen? Ne, du kannst nicht. Mit W und S kannst du nach vorne nach hinten laufen. Ach so. Emily dreht sich auch die ganze Zeit. Das wäre besser, wenn du einfach W und S benutzt, weil dann läufst du auch geradeaus weiter. Ah! Nein! Bist du tot? Ich bin gar... Nein! Ich glaube, ich gar nichts W und S. Ich habe sofort geschafft. Jetzt... Ja, nice. Hä, so einfach? Ja, easy peasy. Das war gerade so schlimm, ey. Das hat, glaube ich, gerade geflackert, oder? Nein, das hat nicht geflackert. Fake flackern. Tür 85, Freunde. Wir haben es gleich schon geschafft. Wir sind gleich schon bei der Gärtnerei. Alter. Ab wann kann man sich nicht mehr wiederbelehmen? Tür 90. Nee, vor 90 geht das, glaube ich, schon nicht mehr. Ja, das geht ab 50 kann man schon gar nicht mehr. Hä? Hä? Oh, jetzt kommt er. Jetzt flackert. Ich glaube, ich kehle mich absichtlich, weil ich habe ein volles Leben, um ehrlich zu sein. Ich liebe es, ne? Such den Schrank. Ja, ich habe einen Schrank. Oha, der ist schon da. Ja, ja, ich bin extra weitergelaufen für euch, damit ihr noch einen Schrank habt. Okay. Komm, wir gehen. Okay. Tür. Oha, schon wieder. Oh Mann, ey. Ich habe einen Lockpick. Weiß einer, welche Tür? Nee, wir können aber hören. Aber kann ich erst mal meine Pflaster bitte holen? Bevor ich gleich sterbe oder so? Okay, okay, okay. Okay, 91 ist es auf jeden Fall nicht. Hat jemand ein Pflaster? Nee, tut mir leid. Oh Mann, ey. Wenn ich das überlebe, ey. Jetzt kann sich keiner mehr wiederbeleben. Aber Emily, man, du stirbst nicht durch die Bodenfalle. Die lassen dir immer ein HP über. Ja, wirklich? Also, glaube ich. Wer hat gerade Pssst gemacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Dann war Lami das. Oh Mann, ey. Also, hier müsst ihr echt aufeinander aufpassen, weil sonst sterbt ihr. Ach, wir heilen zusammen. Nicht Pssst. Ich weiß nicht, keiner von euch schafft das. Hier ist eine Falle. Hier ist eine Falle. Achtung, hier ist eine Falle auf dem Boden. Wo? Wo? Oh mein Gott. Oh, da, wo du reingommen bist. Ja, gut. Ey, wartet mal. Da kommt was. Oder? Wer kommt? Ja, in den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, was denn? Der könnte wiederkommen? Nein, das ist... Nein. Was? Anyway, du bist tot. Anyway, du bist tot. Wie dachtest du denn? Häh? Du wolltest. Aber dank des Vlogpick, ich bin wegen Beut gestorben. Hä? Hä? Keine Ahnung. Dann wurdest du teleportiert. Achtung, Eis. Nicht reingucken. Oh mein Gott. Oh, was ist denn Ding fallen? Oh, ich habe reingeguckt. Da kommt was. Watch kommt. Schnell in den Schrank. Hä? Oh, ich hoffe. Was? Oh! Nicht zu früh. Alter. Kommt der nochmal? Ich glaube. Moment. Ich glaube. Er kommt. Ja, er kommt. Er kommt nochmal. Oh mein Gott. Das war ja... Er gut. Der kommt, glaube ich, nochmal, ne? Ne, jetzt ist vorbei. Ne, jetzt ist weg. Hier ist eine Falle wieder auf dem Weg. Pass auf, Bapo. Hier auch. Oh, oh. Ey, wenn ich nicht pass auf, hier ist eine Falle. Oh, oh. Wir haben es gleich bei Tür 100. Okay. Kommt. Aber Watch kann hier noch kommen, ne? Beil, Leute. Ja, ihr müsst nur um 100 rein. Dann seid ihr safe. Oh, oh. Leute, wir haben es schon bei Tür 100 geschafft. Aber wartet mal. Wir haben es geschafft. Man kann schon mal gucken. Ja. Ist hier schon irgendwo ein Schalter? Hört ihr die und seht ihr die? Ja, ich höre... Ah, ich habe gerade schon was gehört. Ja. Ich mache schon mal die Tür auf mit, äh, Lockpick. Ja, nice. Okay. Ähm, wo wollt ihr gleich hingehen? Wollen wir uns aufteilen in die Räume? Ja, ich gehe einfach nach... Kann ich schon mal gehen? Äh. Okay, du gehst nach rechts in den Raum. Emily, du kannst ruhig in die Mitte gehen oder irgendwo anders hin. Hauptsache, ich überlebe, ey. Ja, wir schaffen das doch. Okay, dann gehe ich gerade aus. Ja, und dann direkt links in den Raum. Links, 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 links. Oh, okay. Nein, das war falsch, aber... Ich habe schon einen gefunden. Ja, ich verstecke mich jetzt erstmal hier. Und quatschen, ne? Und nicht über diese Hügel laufen, weil dann hört man euch. Ja. Emily ist bei dir, ja. Oha. Hast du Licht, Nina? Ja, doch. Sieht der uns mit Licht? Nee, nee, nee. Der hört euch nur. Der kann nicht nur hören. Ist mein Licht aber leer. Hm, dann lad doch deine Taschenlampe wieder auf. Oh, ich glaube, der ist da. Oh mein Gott, der ist da. Ja, der ist da. Emily, pass auf. Ich verstecke mich einfach hier hinter der... Nein, Emily! Ist das dein Ernst, Emily? Du wolltest dich... Ich wollte nicht, dass der mich hinter der Säule sieht. Natürlich. Ich war aber ganz leise. Wärst du einfach in diesen Raum gegangen, da geht der eh nicht rein. Ja, tolle Wurst. Oh Mann, Freunde, ich habe es wieder nicht geschafft. Oh Mann, Emily. Wir gucken jetzt Lamy und Bapu zu. Nein. Oh, ich bin über den Hügel gegangen. Das hat er, glaube ich, gehört. Ist hier nichts mehr, Lamy? Ich laufe einfach. Pass auf, Bapu, der kommt gleich aus dem Gang da. Hier ist doch noch was gewesen, Lamy. Oh, oh. Lamy, du bist sehr gefährlich. Vielleicht ist die oben. Lamy, der kommt. Bapu, du musst ein bisschen aufpassen. Ich gehe nach oben. Vielleicht ist die da. Ja, die müsste da eigentlich sein. Ja. Ey, man kann nicht oben gehen. Ey, Lamy, du bist voll gut, ey. Oha. Ey, normal. Ey, du kannst doch nach unten gehen. Unten ist ein Rift und du kannst auch nach oben gehen. Oben ist sogar das Ende. Du musst nach oben gehen. Ey, so weit war ich doch nie. Hier, ich höre es. Ich habe es. Ich habe es. Nice, Lamy, wir schaffen das. Normal. Lamy und Bapu schaffen einfach Dors. Mega gut. Oh, da ist er ja sogar. Er kommt her. Dann wollen wir mal, Bapu. Richtig gut. Muss das eigentlich nur einer schaffen? Ja, oder? Nee, muss nicht. Oh mein Gott. Mein Armer. Nein. Ja, voll gut. Oh Mann. Los, das schafft ihr. Jetzt müsst ihr nur noch das schaffen. Aber das ist ja easy peasy. Wie fühlt ihr euch beiden so? Habt ihr schwitzige Hände? Habt ihr Pipi in der Hose? Äh, ja, Pipi in der Hose. Hast du Pipi in den Augen, weil du gestorben bist? Ich schon ein bisschen. Dazu sage ich gar nichts, ey. Das war schon ziemlich traurig. Aber meine ganze Maus ist nass. Das ist nicht so schön. Okay, zwei. Wie sieht es bei euch aus? Wer ist das erste? Ich habe das zweite Level jetzt sofort fertig. Oh, nice. Und fertig. So, ich mache jetzt noch eben das dritte Level. Wer ist als erstes gestorben? Ähm, ich glaube, A-A, oder? Äh, Havok, oder? Ja, ich. Also als erstes bin ich eigentlich nicht gestorben. Aber nicht komplett. Ja, genau. Komplett bin ich als erstes gestorben. Ja, das war... Oh Mann, ey. So, Lami, pass auf. Es geht jetzt sofort los. Das Level ist jetzt fertig. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Oh, ich habe es auf Level 3 geschafft. Oh, Lami, jetzt macht wieder keinen Blödsinn, okay? Let's go. Oh Mann, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass uns kommen, woher kommt. Ah, er kommt. Okay, kommt der oder bleibt der wieder stecken? Da kommt er nicht hoch. Da kommt er einfach so hoch. Ihr fallet mit euch wieder. Hallo? Oh, Lami. Oh, jetzt kommt er. Was macht ihr? Oh mein Gott, oh mein Gott. Leben am Limit. Er wartet da unten, ey. Nee, nee, komm Lami, lass rein hier. Ab in den Fahrstuhl. Ja, okay. Wir haben einfach Roblox-Stores geschafft. Yeah, richtig gut. Oh Mann. Schaut auf jeden Fall bei Lami, bei A-Borg und bei Emily. Und bei A-Borg vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut ihr jetzt unbedingt das Video auf der rechten Seite an. Ciao. 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 Ciao.